Jetzt kommen wir zur entscheidenden Qualifying Session. Heutzutage ist Albert Park viel schneller und die Teams müssen für eine gute Qualifikationszeit die Kurven bei hohen und mittleren Geschwindigkeiten sehr genau fahren. Wie denkst du, dass sich Landon Norris vor Beginn dieser Qualifying Session gerade fühlt? Nun, das ist ein Fahrer, der vor Selbstvertrauen nur so strotzt. Das war deutlich zu sehen und ich bin sicher, dass sich das im Qualifying fortsetzen wird. Ja, Radio check. All loud und clear. Warm the tyres, wenn du kannst. Ja, Copy. Radio check. Yep, laden fest. You can't bring the tyre in. Confirm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 If you could keep your pace up on the inland. Copy. Lando, you are currently P6. There shouldn't be anyone in front that will back you up. Koska, you've got a clear track, Ned. Let's go. 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 Bye. Let's go. Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020